hey meine lieben ich grüße euch aus london herzlich willkommen zu diesem neuen video heute von herr gott sito so heißt er bei instagram die haare er ist in amerika ein richtiger er ist in amerika ein richtiger star was sag ich jetzt mal das hairstyling und so betrifft also er präsiert eigentlich nur promis und er hat mich gefragt ob er meine haare färben kann und ich habe gesagt ja nur leider macht er halt nur bunt deswegen wir schauen mal was ich heute bekommen es sind aber auf alle fälle alles haben die sich wieder raus raus und ich habe ein bisschen angst aber naja ich werde schon überstehen weil ich habe auf instagram eine umfrage gemacht und ihr habt 95 prozent abgestimmt ja oder ich glaube sogar 96 prozent ja ich bin schon richtig aufgeregt weil es hat sehr lange gedacht man hat so blond zu bekommen aber dann kriegt man schon mal die chance und ihr habt recht ich werde es machen und ich werde mich schau' ich bin natürlich immer nicht einfach mal die Sonnenfalt zu bekommen und ich bin Cla ande ich bin ein bisschen hier. Ein bisschen mehr Schau' ich bin ein bisschen Mischung zu machen. Ciao. Ich bin ein bisschen die Schau' ich bin hier. Ich bin jetzt hier im Optimizer in der fliege amir. Ein bisschen Ja. Ja, hier bin ich mein lieber... Und Instagram, Herrgott, zieh dich! Ich habe gesagt, ich möchte nicht grün. Oh mein Gott, das ist ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, das ist Sapphire. Und Jenny, nein, wie schaut's aus? Gut. Wir haben die Farbe ausgewaschen und guck mal, so sieht's im Nassen aus. Oh mein Gott! Oh, ist das Kassio? Oh mein Gott! Okay, wir gehen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also meine Lieben, wir sind fertig. Ich fahre das kurze Ergebnis an. Also ich muss sagen, dass ich sehr glücklich bin, dass ich mich getraut habe. Und ja, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr es findet. Und crazy. Auf alle Fälle haben die beiden Jungs so einen guten Job gemacht. Die haben es einfach nur mega drauf und sind so talentiert und so genau und exakt. Und man denkt irgendwie auch, die machen so ein bisschen Spaß. Aber ihr könnt ja sehen, ja also mega mega drauf. Wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, dann gebt mir doch einfach einen Daumen nach oben. Ihr könnt mir ja keiner aufpassen zu abonnieren. Und wir sehen uns dann noch im nächsten Video. Tschüss! 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 Tschüss!